Ich hab ja gemerkt, als ich mit dem Flo gespielt habe, habe ich ja auch mit dem Spiel gesagt, hey, ich glaube ich mach mal OBS an die Aufnahme, sonst wenn das zum Chicken Dinner führt, dann ärgere ich mich und dann war das ja auch mein letztes Video mit dem Flo, dann war es genau das. Scheiße, noch auf 7 und 1 stehen, auf dem Stereo Headset. Hallo? 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 Das ist ein Megapod, oder? Geht, Alter? Hallo? Hallo? Jetzt besser. Hallo? Hallo? Boah, das ist ja auch scheiße, Alter. Hallo, wie viel für 5,6 du hast? 3,90. Hallo, bitte hörst du uns? Hallo? 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 Geht ihr mich auch jetzt? Yeah? Ja, die ganze Zeit schon. Echt? Ich hab euch nicht gehört. Also ich hab euch gehört, aber irgendwie... Wir haben uns selbst gehört, mal nachhören. Und, was geht bei dir? Ja? Ja, ich hab die Musik an und hab dir ja nicht davon gemacht. Achso? Dann muss ich auch jetzt gehen. Ja, hab ich ja auch vorher auch gemacht. Achso. Achso. Bis hin hin kommen ist Kacke. Wir gehen hier übers Wasser. Nach dem Robin. Oder? Wir fahren mit dem Auto irgendwo weiter rein. Geh hoch. Weiter rein. Oder? Natürlich wieder zurück ein bisschen, ja. Naja, jetzt ist alles gut. Genau. Direkt vor uns, oder? Raus. 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 Ein Kill. Ein Kill, ja. Ja. Weggekriegt. Sehr schön. Ich hab ihn ausgenockt, alter. Nice. War das nur einer, ne? Ne, ne. Es waren zwei, aber den einen hab ich wohl ausgenockt. Nix. Nix. Gar nix. Doch, hier Red Bull. Achso, ich hab Gegner gemeint. Lauf mal, oder? Warte mal. Wir fahren hier, wo es Talbot ist, weiter oben sind ja die ganzen Bäume und das Gehänge. Ja. Sollen wir vielleicht hier über Blau fahren. Und hoffen, dass wir uns keiner abziehen. Hier ist eigentlich gut, oder? Hier wo die Stehe sind. Ja. Raus. Wo ich nämlich gezoomt hab, hat sich der Push wieder aufgelöst. Wir laufen aber noch ein Stück hoch, oder? Ja. Oh, hier oben der Kampau. Muss ich mal aufpassen jetzt? Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh... Der ist links von dir, Achtung. muss nur einer sein siehst du nein wir sind trotzdem eher direkt vor uns hinten wo ich hinkauke sind auch die steine ausgenockt der andere ist auch hier oben der kommt der kommt kommt der kommt direkt auf dich zu mach den weg der kommt der kommt der kommt der kommt der kommt steht links von dir links 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 ja mann hol mich hol mich ich hole dich es ist genug zeit ist genug zeit so ein wichser da war doch zu zweit er hat mich auch gewundert gerade aber nicht schlimm aber nicht heulen einmal frei besser kannst du nicht laufen so gut danke gehst du runter den looten also du musst gleicher hat gut erwischt das genau die halle da oben ja es war wieder ich glaube die mini ist nicht zu meins wie manche mit der mini spielen können ich habe vierfach brauchst du wenn du es nicht brauchst ich nehme es zweifach jetzt wird es aus süden ja ja die sind aber weiter weg ich kann das vierfach geben wir zusammen war schon zweifach leg ich hier auch schon das war ziemlich close jetzt oder deswegen so weit weg war es nicht ist ja dann hier unten irgendwo sein ausgenockt tot 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 lasst den liegen braun wir nicht looten oder komm wieder hoch das war die mini hier gut ja der von süd ost sieht sieht aus schließen die aus links ich sehe auch ein laufen 165 der ist tot gut direkt vor uns glaube ich richtung osten 105 von dem ist der war irgendwas das ist ja ich guck immer noch hinter uns wiesel ab guckt da ja ja klar ich hab's am Minus gehört irgendwann aber ich hab gern kompensator äh 345 auch hinterm baum scheiße ich seh nicht das ist immer noch in einem baum haben vier tot weg gestorben so ein wixer alter gut dass ich hinten ab gut dass ich hinten abgeämt habe alter sehr gut sehr gut sehr gut wixer der hat elf booster dabei ich nehme die alle mit ich komme dann zu dir wir sind vor 27 was war auf ich glaube hier den habe ich mit no shade gesehen no shade das neue programm das kostet los aber da habe ich glück gehabt ich habe noch gedacht es wäre wieder so ein scheiß busch war schon abgelegt ja ja wir sind auch da 15 ungefähr komme ich bin auch mit hier ist ne hier ist ne kleine ja ja hier ist ne kleine dinge ja sechse das ist gut da gehen wir jetzt hoch da sind zwei teams wir sind jetzt nur sechs ja krass auf langsam langsam ja 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 wo weiß nicht ich auch nicht ich seh noch nichts wir waren nicht auf uns gerichtet direkt vor uns ja halt ich zurück einmal erwischt ausgedockt oder was nein 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 nur erwischt nur getaggt ausgedockt nice 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 ist gestorben heil dich in der Konditionen Tone ist da ein Stück vor gehen ja 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 direkt vor uns ich seh nicht 60 60 direkt in dem Baum vor uns ist so er hat mich wow der hat aber auch geil scheiße scheiße ich hab mir bewusst da es ging zu schnell jetzt 5 kills war gut gute Runde ja scheiße das waren Zeltas das waren Zeltas das waren Zeltas hast du recht 10 16 das ist es ist ähnlich das ist das ist das ist das ist das ist